Die Arbeit bei der Medastron erfüllt mich wirklich. Ich arbeite wahnsinnig gern bei der Medastron. Wir haben ein junges Team, wir sind multinational, wir haben wirklich ambitionierte, auch wirklich sehr qualitätsbewusste Mitarbeiter bei uns. Und auch wenn sich viele manchmal aufregen über Dokumentation, als Qualitätsmanager hat man es vielleicht nicht immer einfach. Aber am Ende des Tages war es einfach jeder Mitarbeiter bei uns, wofür er das tut, nämlich für unsere Patientinnen und Patienten.